Ich weiß, dieses Thema ist eine längere Zeit hier, in den Zeitungen, in den Medien. Ich habe gesagt, das ist ein deutscher Verein, eine deutsche Mentalität. Es tut mir leid, ich tue mein Bestes. In unserer Entscheidung treffen ist es immer nicht nur Pep, ich weiß das besser als ich. Für den Verein, alle zusammen für das Beste, für diesen Niveau halten. Von den Triplen der Juppeinckers halten, 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 diese Niveau in der Bundesliga und erreichen Halbfinale. In der Periode, wo man Hilfe für die Finale der Champions League hat, mit vier deutschen Spielern in der Halbfinale in Milan gegen Valencia. Und in diesem Moment waren es mehr deutsche Spieler als in dieser Periode. Es ist egal, ein mehr, zwei mehr, das ist gar nichts. Wir sehen hier, um die deutsche Mentalität, die deutsche Lernen anzupassen. Ich habe von Anfang an gesagt. All das war's für heute. ב